Mein Name ist Marco Heise von MS Schippers und heute testen wir die verschiedenen Hygienepulver auf ihre Feuchtigkeitsaufnahme. Die Liegeplatzhygiene ist enorm wichtig, um den Infektionsdruck von umgebungsgebundenen Bakterien einzudämmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit MS Dry Care eine trockene Lebensumgebung erreichen und Tiergesundheit und Tierkomfort verbessern können. MS Dry Care ist ein Einstreu, das nicht staubt und einen angenehmen Geruch hat. Zudem hat es eine Feuchtigkeitsaufnahme von 200 Prozent. Wir zeigen. www.mdt.info www.mdt.info www.einfo www.mdt.info www.pd.info Untertitelung des ZDF, 2020